Vergesst euch das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, sobald die Glocke zu aktivieren. Einbein anderen Kanal zu abonnieren, die ihr auf meiner Kanal stattfindet. Und auf Instagram und Twitter zu folgen. Dann hätte ich die Auflösung von letztem Rätsel und das neue Rätsel, was ihr in den Kommentaren auflösen könnt. Ich habe vorher gefragt, wie ich hier durchkomme. Und dann an der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkomme. Oder hier außen vorbei, sondern wie ich mit diesen Tunneln hier. Und wie das geht, treuermassen. Das müssen wir jetzt auch nur sneaken. Und dann passen wir jetzt hier drunter. Das ist ein neues Video in der 1.14. Und das geht jetzt. Wir können mal hier drunter laufen. Oder den Slaps. Oder sneaken. Und schon kommen wir auf die andere Seite. Ist nicht toll. Gut, dann kommen wir zum Rätsel für heute. Und zwar, ein Aufzug. Ja. Einen schönen Aufzug. Und zwar. Ich brauche mal eine Plattform. Keine Ahnung. Zack, 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 zack. Ist ja nicht so hoch, ne. Vielleicht auch so. Hier wird eine Plattform. Ist ja nicht weg. Dann bin ich hoch. Noch mal weiter. Immer wieder runter. Ja. Also ich stehe hier. Ich muss hier schon was anbauen, ne. Dann fängt man hier schon hier hoch. Auf die Plattform. Und dann auch hier wieder runter. Ja. Und. Ja. Genau. Ja. Wie geht das? Wie kann ich so einen Aufzug bauen? Und. Ja. Ja. Wie geht das? Wie kann ich so einen Aufzug bauen? Und. Ja. Ich gucke eben die Emeralds. Ich gucke die weg. Lass mich mal hier reinlegen. Auch hier durchschalten. Okay. Cooine. Die Wändekühle Leiste hier, ne. Oh, der deal. Okay. Oh. Na ja. Dann wie gesagt wird es gewesen? viel Spaß im Rätseln und ja, tschau